Ein bisschen kalt, ein bisschen nass, ein bisschen Action. Freestyle, das ist so in einer Walle. Tricks machen und das Nervenkrippchen vor allem. Schaut hier von mir, vom Start bis zum Tour 4 inklusive die Ausfahrt. Schaut hier, dass ihr beim Tour 2 schön auf der inneren Seite haltet. Technik spielt den Slalom eine grosse Rolle. Das finde ich toll. Es ist nicht so Kraft, hauptsächlich der Faktor. Es sind immer andere Strecken und andere Torkombinationen. Das finde ich toll. Bei Abfahrt muss man möglichst schnell. Wenn man fährt, ist es ein super Gefühl. Egal ob man abfahrt oder Slalom oder Freestyle. Ein Applaus. Polo gibt es noch. Das ist so mit dem Ball, wo man ins Tor werfen kann. Die Regatta ist einfach auf einem See, geradeaus. Und was mich fasziniert, ist eigentlich ein kleines Abenteuer. Und es macht echt mega Spass.